Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar geht es in einem Ankündigungsvideo um die Gamescom. Oh ja, ich habe richtig gehört, die Gamescom. Ich werde nämlich auf der Gamescom sein. Und zwar am Donnerstag, höchstwahrscheinlich. Freitag unter Umständen. Aber am Donnerstag ziemlich sicher. Deswegen, ich fahre morgen nach Völn, morgen ist Mittwoch. Ich hoffe mal, dass ich es wahrscheinlich, ja, ich werde es wahrscheinlich am späten Abend, wenn nicht sogar Nacht, Dienstag rausknallen, eventuell schon dann halt nach 0 Uhr, also Mittwoch. Aber gut, es wird etwas schwierig sein, mich zu erkennen. Man darf mich aber dann gerne ansprechen, wie man mich erkennt, das schreibe ich gleich. Also man darf mich gerne ansprechen, ich habe da gar nichts gegen. Von wegen, ja, ob man Fragen hat oder einfach nur mal Hallo sagen möchte oder wie auch immer. Vielleicht okay. So, wie erkennt man mich? Ja, ich habe keine Zeit mehr mit mir ein T-Shirt anfertigen zu lassen. Denn das mit der Gamescom ist fix, das weiß ich noch nicht so lange. Deshalb, ja, ist halt so. Ich muss mir jetzt halt erstmal überlegen, bzw. ich muss überlegen, wie ich kurz da bin. Das sind Los Verraters, das sind Cloud, das sind Nobody, das sind Joker, mit denen ich da bin. Und Joker hat ein T-Shirt mit Jokers Bastelbude hinten drauf stehen. Und Nobody hat ein T-Shirt mit Nobody Streamer oder Nobody Liga der Außergewöhnlichen Streamer. Oder Nobody Too Fast, da glaube ich zwei T-Shirts, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also unser Kran-Symbol mit dem Roadrunner. Jo. Wenn ihr davon jemanden sehen solltet, was... Ich kann ja mal kurz fix machen, was ich anziehe. Das ist bei mir recht simpel eigentlich. Ich entscheide dann mehr so nach dem Greif in den Schrank rein Prinzip. Ja, ich tippe mal auf, äh... Grauen Pullover. Klar, Furzen Polly, kennt man. Und, äh, ne Jeans. Ja. Würde ich mal so drauf schätzen. Ja. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Also wie gesagt, ich hätte mir gerne ein T-Shirt machen lassen. Habe leider keine Zeit mehr dafür gefunden. Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Gamescom, ne? Danke. Ciao.